Wenn man drüber gegangen wäre, wäre es ein Özil geworden. Jetzt ist Italien, jetzt beginnt der reine Kampf gegen das Ding, gegen das Überleben. Du musst jetzt da durch. Entweder du sagst so Psycho-Bierhof-mäßig Wellness regenerieren, Nase- und Schlieren-Tee, dann Anwendungen in Deggeneihülle aus indischem Charmehaar. Das ist so Psycho nach Siegfried und Freude. Oder du sagst, die haben wir weg. Die zwei Dinge hast du, klar. Wir waren eh mal am Wochenende, Jürgen und ich, in so einem Seminar, oder nicht so, Wellness-Oase-Ding, Gutscheins direkt da. Da sind wir in den Ruheraum da rein. Nach zwei Minuten hat der Jürgen gesagt, wenn ich jetzt noch eine Weile hier, da werde ich aggressiv. Der hat den Buddha angesehen, hat ihn angeguckt. Und beim Rausgeben hat er voll eine so. Er hat gesagt, gegen Gewalt. Jetzt bin ich ausgeglichen. Jetzt habe ich ihm eine gegeben. Du musst jetzt. Ein. Keinein. Ein. 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 Ein.